Okay, starten einfach das Spiel. Ich kann kein Scouts machen mehr. Ja, stimmt schon. Aber ich kann aggressiv auch gehen. Also ich kann ja nicht nur mit Milizen versprochen. Aber unser eigentliches Ziel für Cars Age wird sein, dass ich auf Archer und du auf Knights gehen kann. Du musst mir deine Sensitivität noch unterstellen. Du dein oder ich meine, oder was? Ja, ist schon okay. Gut. Jetzt mach ich nur weiter weg. Ich glaube, ich habe gerade den perfekten Chinesen-Start hingelegt. Also das hat sich jetzt so richtig angefühlt. Ich habe den perfekten Chinesen-Start hingelegt. Der Chinesen-Start hat sich gerade so schön angefühlt. Das glaub ich gar nicht. Es geht noch mal weiter. Sie können hier Problem. Das ist ein perché. An sich habe ich eine sehr safe Map, ich denke ihm auch an Trash, ich habe eine sehr safe Map, ich mache einen Trash, so Gold ist gut platziert und so. Ich würde persönlich lieber, das wäre schon besser wenn du das Gold machen kannst, ich habe nur sehr sehr oft gemacht. Ok, dann mache ich das. Obwohl, naa, unbedingt. Wie du denkst, kommst du auf Trash? Keine Ahnung, musst du jetzt sagen, du bist besser. Du musst sagen, ich werde schon nicht sterben. Gut, das so ist dann. Ich denke, ich bin gegen Ansbald. Naja, vielleicht bin ich sogar... Ich bin sogar... Och, das scheint doch, dass ich mich rufen darf doch nicht. Das ist ziemlich weit weg zu sein. Aber meiner ist hier, ok, dann lasse ich auch einfach nur... Der Ansbald ist hier. Ja, klebe, blicken. Aber ich ging blicken eigentlich nicht unbedingt gerne und nie laschen möchte. Sollte eben ein bisschen doppelt werden. Ja. Sollte für uns hier kein Problem sein. Sollte für uns hier kein Problem sein. Dahtbagku rein. Ah. Dahtbagku rein. Das frest du passou Namen. lorf nicht. Was again nett. Das ist nichtłosier. Pferde eben. Ausat & schrafen. Okay, Maynard. Das war's auch. weil er das Schau! ... ... ... ... ... Gehen da ist hier offen ans bald hat es voll gewalt also bist du mit einem draschen zum ans bald noch die von clemens ja macht kurz ich habe einen draschen verloren das ist das die 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 Wir sind auf der Vault Hallo Ja Ich bin auf der Vault Die Art Wir können gleich ab Wie geht's? 1 oder 2 Stabels? 1 oder 2 Stabels? Okay. Ah, come on. Ah, jetzt ist der Clemens mit einem 5-Minute-Armstrasch rein. Weil ich ein Loch habe. Wir sind gleich Gold. Wir sind gleich Gold. Es wird auch Tumor in der 40-Wortlist, oder? ich bin für die warte ich werde es dann gleich schmerzen und dann ich kann mir vorstellen dass sie mich da bin also Das war mir fast Kassel da lang. Also ich denke, der Ansbald hat gewollt. Der Ansbald hat noch keine Upgrades drauf. Okay. Schaut. Was? Jetzt hat er Redlands drauf. Ja. Das hier geht auch los, weißt? Ja. X einfach, wenn du in meine Nets passt, bitte. Und sonst greife ich jetzt selber an. Ja, also ich bin zur Zeit nur zu Hause. Ich werde wahrscheinlich auch sehr viel weniger Archer und so haben als mein Gegner. Also der Arnsbald hat Bloodlines und so drauf, okay. Wir sind Archer. Brauchst du Hilfe? Nee, warum ist du lagst eigentlich? Warum ist du lagst, frage ich mich. Ja, das heißt Hilfe, also wenn du deine Nights in Bern kommst, dann komm herüber zu mir. Ja, klar. Ich save einfach mal dich und dann... Okay, Arnsbald kommt auch zu mir, das ist 1 noch. Okay. Ja. Krass. Käfer. Ähm, X. Hier sind die Archer. Und wenn es geht, vorhin dann. Gut. Hier sind die Archer. Kannst du auch. Du hast noch keine Upgrades drauf? Nein, ich hab Bloodlines. Krass. Komm. Ich hole mal plus 1 jetzt. Ja, dann warte noch kurz. Ich hab plus 1 ab. Es läuft gerade. Was? Was? Ähm, gleich. In 3 Sekunden. Jetzt kommen wir drauf. Gehen? Nee. Ich hab nicht angerufen, ne? Du kannst den Neid hier nehmen. Ähm, ja. Ja. Jo, dräng ich mal deren Armee zu drück. Du musst X mit da. Ähm. Wo sind denn die bei dir? Kannst Xen? Hier. Okay. Ich weiß nicht, wo die in Christen sind. Die sind vielleicht wieder nach Hause gegangen. Da kommt nur irgendwas. Ja, lass uns da eingehen mal. Passt. Ja. Ja. Hat die. Hat die. Hat die EP. Ja. Hier sind die X-Boss. Können wir halt. Die können wir. Okay, ich sie dann. Okay. Sag, wenn du da bist. Ich bin jetzt hier. Ja, gleich komm. Warten hier. Ich hab noch keinen Ballastig drauf. Also. Okay. Ich aber gleich. Was hat der Ballastig? Geh ruhig rauf. Also. Okay. Kannst du nur mixen? Also, wenn du was bist dann. Sonst. Ah, ich sehe es okay. Noch oder? Ja, jetzt kommen wir auf Mainz. Für mich aber klar. Das ist gut. Ich habe jetzt noch hinten. Hinter meiner Waffe. Ja. Seite. Aufladen. Aufladen. Okay. Es ist blöd und aufladen. Ja. Ich baue schon. Aufladen kann man zusammen. Ich bin jetzt wenigstens ab und kommen, wenn du es. Das ist das wenigstens ab und kommen wenn du es. ja dann sehe ich ja kann ich wollen nicht jetzt aber so auf lange sicht also ich habe es eine fette armee viel zuviel holz ja ich kann angreifen in anspal lander hat aber menschen hier ja ich werde vielleicht ein bisschen zu spät ab ich habe mich da mit der wirtschaft ein bisschen verschaut nur wichtig dass ich jetzt noch gut okay da hat der anspal ist halt hier mit einem hoffen meitz wenn du da deine armee bisschen empfehlen könnte das wäre alles geil passt ich habe kurz einen schlechten boom wenn gerade jemand im chat verschreibt sage ich sorry dass ich nicht lesen kann denn ich schaue gerade zu viel ja nicht nicht du sondern im chat auf twitch ich bin gerade wieder zurückgelaufen weil ich da habe sie ja hier ist ein goldsport von ihm genau ich sehe den ja bleib hier bleib hier auf dem hübel ja ich bin schon am weg ich brauche jetzt hierher also ich habe da auch 30 ja er ist mit 30 netzes hier also hier kommen das netz ja ich bin sonst eigentlich nicht abgeholt wenn du es schaffst um die also wo bist du jetzt da vorne wo bist du das kannst du ja ich bin schon dran ich brauche schon einiges an kamelien zu hause genau für das ok clemento arschers sind jetzt auch hier doch immer ein bisschen gold und so was und deshalb wird es mit einem haufen knights in meiner base aber macht kein problem wo bist du mit deinen arschers und dann ist das ja dann kommt noch aus ah ich sehe dich ich sehe dich gut ich bin von mir in der ecke der drüben aber das ist echt nicht wichtig ich mache dich lieber um die in die likes zu video was die da drum verzieht sind ja die nats bei mir habe ich schon weg zuvor der ich kann auch abklicken schmerzen der die die Ich versuch mal den Roten, was du meinen hast? Ja, ich bin jetzt im Arzt bei dem Gold, dass er sich vorbewegen die nächstes hat. Das ist nur ein Gold. Also ich belage gerade sein Gold, also da wird es hier nichts machen. Ja. Ja, ich bin ab. Ey, was soll ich denn da machen? Chefs oder? Bleib erst mal auf Kavalieren mit uns ab und dann gehst du auf... Soll ich Chukunus machen? Gehst du auf Archer umwand? Passt. Ja, ich bin auch Chukunus und so. Gut. 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 also hier ist ja ich sehe das schon ich schicke meine kavaliere schon hin ich weiß nicht wo mein dritt des goldes die anderen wo soll ich bei dir pushen ich sehe es ok ich gehe zum anspalt ja ich gehe auch zum anspalt ich schicke auch jetzt ein paar dinge vor ja dann gehe ich auf clemenza wenn du ja ja Oh Ja, ich bin mit Clemens in der Base Was hast du? Ich bin mit Clemens in der Base, also Ich bin mit Clemens, also Ah, jetzt kann ich die Ich bin mit Clemens Das ist ja das Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wuhh! Wo konntest du die ganze Zeit rein? Mach mir doch bitte! Wo konntest du? Ich bin der Nähe. Ich bin der Nähe. Ich bin der Nähe. Ich bin der Nähe. Das habe ich dir nicht gesehen. Oh Gott, ich habe eine Flind an der Base. Was ist das? Oh, ich gucke, ich hab noch mal die Klinge genommen. Ja, ist die Klinge. Mach mal die Klinge. Machen wir. Machen wir, also willst du Chi-Chi machen? Gory sind da jetzt noch recht weit gut dabei, aber ich weiß nicht, ich kann halt was machen. Also ich hab 5.000 Holz, wenn du 5.000 Holz passt, sag mal so. Ich versuche jetzt einen Trade aufzubauen und dann auf Choco-Nutzung, aber... Hast du Steine irgendwie? Hi. Hm? Ja, ich krieg ja keine Ekon. Lass die schon. Basti. Chi-Chi. 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 Sorry, dass ich dich da so sterben lassen hab. Ich hab nicht direkt so Champs erwartet. Das war ein bisschen das Problem. Aber ich weiß auch nicht, wo mein drittes Gold war. Ich hatte irgendwie eins hier. Eins? So, eins von mir. Aber eins. Hab's ich vielleicht gegessen. Genau. Weiß nicht. Ich glaub's nicht. Also ich seh es... Ja, keine Ahnung. Guck mal ab. Ja. Vielmäßig hatte ich zwar eine gute Menge so, aber wir hatten schon, glaub ich, einen ganz guten Vorteil, aber ich hab leider... Ja, da haben wir zum Spiel rausgespielt. Ich dachte... Ich dachte halt, dass das Clemens auch... äh... Ortscher bleibt. Weil der Dunge halt doch einen ganz guten Bogen auch. Ja. Ja. Chi-Chi. Ja. Chi-Chi. Ja. 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 Ja.